Alex Apiano macht immer die schönsten Vorspiele, besonders wenn er in Leipzig mal shoppen geht, macht er auch gerne Vorspiele, ganz besonders heute, weil heute ist ja auch ein besonderer Anlass, die haben Weihnachtsgeschenke mit. Habt ihr euch das schon angeguckt? Hast du ja schon eins? Sieht total schön aus und ganz besonders zum Weihnachtsfest haben wir auch so automativen Christbaumkugeln. Verschiedene Farben natürlich, einmal in lila und dann haben wir auch noch blau. Da bist du Teichy, ne? Also damit schwimmen wir unsere Weihnachtsbäume dieses Jahr, oder? So viel Geld habe ich nicht mitgebracht. Ein Kleinerbaum. Teichy hat es ja gut. Okay. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ich hätte noch was dran gesetzt jetzt, aber ich fang lieber an zu singen. Schade eigentlich. Ja. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ja. 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 Musik ... ... ... ... ...